ja servus und herzlich willkommen hier zu einer neuen folge eurotrack simulator 2 hier auf meinem kanal wir sind gerade auf der fahrt nach frankfurt hier mit vier staplern vier gabelstaplern ich fahre auf den standstreifen teilweise egal sieht auf jeden fall gut aus mir gefällt soweit läuft eigentlich relativ gut die fahrt außer am anfang hatten wir ein bisschen schwierigkeiten aber ja also letzte folge kurz mal die leitplanke begrüßt und ja ging aber hat zum glück keinen schaden gegeben weder am auflieger noch an unserem tag noch an der fracht von daher ist alles gut gegangen wir haben jetzt noch insgesamt 80 kilometer bis nach frankfurt am main müssen die fracht noch abliefern dann hätten wir das auf jeden fall relativ gut geschafft muss man wirklich sagen große klasse hier knapp 7000 euro krimi dafür da drüben ist ein unfall passiert das zumindest feuerwehr polizei und alles noch hier ist die eine spur gesperrt so 1 60 kilometer noch dann haben wir das geschafft frankfurt am main wir kommen auf die drei das heißt wir müssen jetzt abfahren laut navi dann setze ich am besten schon mal blinker dass die hinter uns wissen dass wir hier runter wollen so sehr schön das sieht doch gut aus 39 kilometer noch dann sind wir endlich am ziel dann haben wir die fahrt auch geschafft diesmal eine neue stadt wieder die wir hier sehen von daher definitiv nicht verkehrt wir müssen jetzt gleich wieder runter von der drei die 661 die 661 so sehr schön sehr schön da hinten ist es auch frankfurt am main schon da hinten ist das ist ja auch noch teilweise flächen ausgeraut vielleicht kommt ja auch noch heute die durchgestrichenen kommen oder die ausgegraut kommen keine ahnung marvin falls du das zu dazu siehst könntest du mal vielleicht mit dann ob du dazu was weißt ob die ausgegrauten eventuell kommen hier alle durchgestrichen oder was weiß ich was wäre auf jeden Fall eine coole sache wenn du da vielleicht was zu sagen könntest weil ich bin da auch zusammen mit blackjack schon die ganze zeit am rätseln welche städte kommen könnten strecken strecken oder städte so dann hätten wir die fahrt auf jeden fall geschafft relativ gut sogar durchgekommen wundert mich eigentlich hat sich länger angefühlt sehr leer als ich dachte aber ist ja nicht schlimm haben wir noch genügend zeit hier in frankfurt das fragezeichen eventuell aufzudecken ja wie soll man da bremsen die weko also da könnte ich jetzt bei der ampel nicht bremsen das ging gar nicht so sehr schön dann werden wir mal hier jetzt einpacken so So. Sehr schön. So, einmal gerade kommen. So, einmal gerade kommen. So. 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 Ein bisschen schräg stehen wir drin. Aber nur ein bisschen schräg. Das können wir aber ein bisschen ausgleichen. Okay. Ja, ist ein Video fertig gerendert. Die Glauben habe ich gerade gehört. Ich glaube ihr auch. So, dann wäre die Fahrt auf jeden Fall geschafft. Sehr schön. Ein Iveco-Händler hätten wir hier in Frankfurt am Main. 7.364 Euro. Sehr schön. Und wir sind jetzt Level 5 Enthusiast. Wir gucken mal nach den Aufträgen der Firma. Aber erstmal werden wir hier gucken, dass wir hier nochmal auf Fernfahrten gehen. Ich denke, da seid ihr mit mir einer Meinung, dass wir hier längere Fahrten machen. Lieferung bis zu 550 Kilometer plus 10% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 350 Kilometer. So, dann hätten wir hier einmal Eisenrohre 24 Stunden, 6.400. Ja, okay. So, schauen wir einfach mal. Was gibt es sonst? Was hat die Stadt sonst zu bieten? Frankfurt am Main. Eventuell irgendwas Interessantes. Kombitransporter, eine eilige Lieferung hier. Dann wäre hier der interessant. Die Gabelstapler müssten weiter nach Nürnberg. Okay. Warum habe ich die denn nicht direkt nach Nürnberg bringen müssen? Okay. Egal. Naja, ist ja nicht schlimm. So. Ähm. Ich wäre eigentlich mal wieder für Kombitransport. Sparplatten, 17 Tonnen, eilige Lieferung. Äh. 40 Minuten. Äh. Schauen wir mal. Wir werden erstmal schlafen fahren. Passt auf. Wir werden erstmal schlafen. Das können wir eventuell sogar da drüben machen. Danke. Vielen lieben Dank, dass ihr mich rüber lasst. Ach, hier ist direkt auch eine Werkstatt. Sehr schön. So, dann wollen wir mal gucken hier nach Wartung. 183 Euro können wir reparieren. 27.000 haben wir jetzt übrigens aktuell. LKW-Konfigurator, äh, würde ich eigentlich erstmal lassen. Oder ist da jetzt was Interessantes dazukommen? Ich glaube nicht. Ne, das sieht nicht an der Ausfarbe. Brauchen wir nicht. Das ist schnickstark. Das heißt, wir werden eigentlich erstmal gucken, dass wir hier mal schlafen. Eine Nacht Ruhe einlegen. So, Motor abstellen. Und dann eine Nacht Ruhe. So, dann sind wir wieder da. Hier haben wir jetzt gerade 5.49 Uhr morgens. Wir werden mal gucken, was uns jetzt die Aufträge bringen. Ist der Kombitransporter noch da? Wir hätten einen anderen Kombitransporter. Aber wir gucken hier nach hier. Wir hätten den Kombitransporter noch da. Nach Nürnberg. Sparenplatten. 18 Tonnen. Das wäre aber ein anderer, ne? Das ist ein anderer, ja. Korrekt. Kartdorfer. Wir gucken mal. Preis pro Streckeneinheit. Wäre natürlich das das Beste. Wir können aber nicht 36 Tonnen. Hier. Oder sollen wir das machen? Nach Stuttgart. Sollen wir versuchen, hier. Den Kranwagen zu transportieren. Ich weiß nicht, ob wir das packen. Aber wir können es mal probieren. Wir können es mal probieren. Passt auf. Ich denke mal. Das wird relativ. Interessant werden. Ja, machen wir mal. Wir versuchen es einfach mal. Einfach mal versuchen. So. Einfach mal versuchen. So. Da vorne ist die Firma. Street. Da müssen wir den Schwertransport abholen. 36 Tonnen sind es. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das gepackt kriegen. Sind zwar nur 157 Kilometer, glaube ich. Aber. Ja. Jetzt mal eine andere Fracht. Die wir erfahren. Definitiv. Da hinten steht er. So. Aufträge. Dann wollen wir doch mal. Auftrag annehmen. Fortfahren. Ich bin echt gespannt, ob wir das packen. Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Einige von euch haben doch schon eine Ahnung. Aber. Ich will mich auf jeden Fall der Herausforderung stellen hier. Und das versuchen. Das Ergebnis seht ihr aber erst in der nächsten Folge. Ich danke euch soweit fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns spätestens morgen wieder. 5 Uhr neue Folge. Hier ETS2 auf meinem Kanal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Aktiviert die Glocke. Bis morgen. Servus. Und tschüss. Tschüss. Untertitelung. BR 2018